hey leute hier ist listen endlich und heute habe ich meine geschichte von euch ich saß heute morgen im bus und vor mir saßen so zwei kids fünfte klasse glaube ich und die haben sich über was sehr lustiges unterhalten also ich saß heute morgen hinter denen und habe so gedacht was reden die da und die sind halt dann so die ganze zeit so ey yo digger und keine ahnung was und das mädchen hat dann erzählt dass ich sag schon wieder zu oft er sie hat erzählt dass sie aus spaß mit einem junge zusammen ist also sie hat anscheinend mit ihrem freund also mit ihrem besten freund geschrieben und gezockt irgendwie und dann hat der beste freund hat ihren besten freund gefragt ob sie den besten freund von ihrem besten freund fragen soll ob er mit ihr aus spaß zusammen sein will aber sie hat nicht gesagt ob er aus spaß mit ihr zusammen sein wird sondern sie hat dann gesagt willst du mit mir zusammen sein ich habe gefühle für dich entwickelt der ist dann darauf reingefallen hat sie gesagt ja klar und dann hat sie vorher gesagt im bus ich habe sie schon gesagt ich saß hinter ihnen und sie dann so zu ihrem freund keine ahnung was das also ihr sitznachbar der den kenne ich von früher der ist auch in der fünfte klasse und zudem hat sie dann gesagt ja ich glaube ich mache heute mit dem schluss der ist mir zu nervig zu richtig zickig hat sie das gesagt und ich denke mir hinten genau so was geht mir diesen diesen kindern ab fünfte klasse ey yo digger und sowas benutzen snapchat was ist das ist das so ist so krass aber trotzdem die sind fünf klässler ich kenne die die mädchen ihre große ihren großen bruder der war mit mir er war mit mir mal im verein ich glaube ich weiß vorher sei woher dass es kommt dass die gesagt sowas ihr bruder ist genau so ich sage jetzt den keinen Namen. Ich will niemanden dissen oder so. Aber ich dachte mir heute Morgen echt, was ist mit den Kindern los? Ja, das war's dann auch schon wieder. Jetzt kommt noch ein bisschen Werbung. Ich und Juju nehmen gleich eine Folge auf. Juju ist auch da. Vor allem, wenn man auch Peace-Time sieht. Also, Podcast-Folge nehmen wir gleich auf. Kommt diese Woche noch online. Und schaut gern bei Tio und Gaby vorbei. Ist wieder unten in den Kommentaren verlinkt oder in der Beschreibung. Muss ich mal schauen, wie ich's nochmal mach. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Ich weiß, meine Videos sind sehr kurz. Aber ich bin zu dumm, um zu lang zu reden. Ne, bin ich nicht. Also, unendlich dumm, Podcast, gern reinhören. Bei Tio und Gaby vorbeischauen. Und lasst gern ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne was dann jetzt in die Kommentare. Oder was ich vielleicht auch machen kann. Und ob ich mich bei 1000 Abonnenten zeigen soll. Das hab ich ja schon im letzten Video gesagt. Ja, dann danke für's zuhören und ja, bye! Eure Listen endlich!